Herr Hortz, Herrenknecht ist offensichtlich eine Firma, die was mit dem Untertagebergbau zu tun hat. Erklären Sie mir doch mal, wofür steht Herrenknecht? Die Marke Herrenknecht steht für kundenorientierte Lösungen aus dem mechanisierten Mining-Bereich. Und wir setzen Dinge um, die wir von unserer großen Mutter haben. Das heißt, wir sind im Tunneling-Business tätig. Und diese Lösungen und Anwendungen, die haben wir jetzt übersetzt in Anwendungen für Bergbauuntertage. Wir sehen hier, Herrenknecht macht den Untertagebau so ziemlich viel. So, worauf kommt es genau an bei Herrenknecht? Also generell geht es darum, Löcher zu bohren, Untertage. Und das machen wir in allen Dimensionen und auch in allen Richtungen. Und das sieht man hier an diesem Überblicksschema. Da sehen Sie verschiedene Anwendungen, die wir für den Untertagebergbau haben. Hier werden Löcher von unten nach oben gebohrt, in großen Dimensionen. Und hier wird zum Beispiel ein sogenannter Schacht abgetäuft, mit einer vollautomatischen sogenannten Schachtbohrmaschine. Schachtbohrmaschine . . . . . . . Vielen Dank.